Ja, was können wir sagen? Wir haben, glaube ich, noch niemals an einer Rolltreppe gespielt. Und wir würden uns sehr begrüßen, wenn die Leute... Ah, das ist der der Guy. Wenn die Leute hier gleich mal so Moonwalks die Treppe runter machen können, können wir nicht dann machen. Das ist ganz geil. Das habe ich mir überlegt. Ingo, warum sind wir da? Die Leute können uns mal Kaffee trinken zugucken. Nein, heute, Mesdames et Messieurs, kommt unser Do Not neues Album Caracho raus. All I want is everything. Is that too much to us? All I want is the here and now, the future and the past. But this is the moment. This is right and true. Being lonely ain't no fun when I'm not with you. Well, I'm calling you. Come on, John! Calling, calling. Calling your name. All I want is one more chance to bring myself to you. I'm calling out to you. Oh! But I can barely hold my own. All I want is to be here and now, the future and the past. But I can't even hold my own. I'm calling, calling. Well now I'm charming, I'm dating 20 Jahre alt bist I hit me like an apple chart And I'm not what you want You're gonna need another prize Yeah, I'll sing the law I'll crash the gate and then I'll get you down Fire! Break the drums Ay-yi-yi-yi-yi Break the drums Ay-yi-yi-yi Break the drums Ay-yi-yi-yi You dance our drums Now we're done, now, now, now Dicht gedrängt standen hunderte Fans am Freitag vor der Bühne in den Münster-Arkaden. Die Donuts gaben dort ein kleines Konzert und hatten Songs von ihrem neuen Album im Gepäck, das am gleichen Tag erschienen war. Dabei zeigte sich die Band bestens gelaunt. Sänger Ingo Knollmann sprang auf die Rolltreppe und besuchte die Fans weiter oben, die keinen Platz mehr vor der Bühne bekommen hatten. 45 Minuten dauerte der Auftritt. Danach gab die Band Autogramme. Dicht gedrängt 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 Dicht gedrängt